Startdeutsch 1 Sprechenteil 2 Thema Schule Freunde Lehrer Computer Sprachen Essen Hausaufgaben Antwort Freunde 1. Haben Sie Freunde in der Schule? Ja, ich habe Freunde in der Schule. Lehrer 2. Wie heißt Ihr Deutschlehrer? Mein Deutschlehrer heißt Herr. Sauf-Odin. Computer 3. Haben Sie Computer in der Schule? Ja, ich habe Computer in der Schule. Sprachen 4. Welche Sprache lernen Sie in der Schule? Ich lerne Deutsch in der Schule. Essen 5. Essen Sie in der Schule? Ja, ich esse am Mittag in der Schule. Hausaufgaben 6. Machen Sie Hausaufgaben in der Schule? Nein, ich mache Hausaufgaben zu Hause. 6. Machen Sie Hausaufgaben in der Schule?